Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute werde ich euch einen Nachtrag sozusagen liefern. Einen Nachtrag zu dem Thema, was wir gerade erst hatten. Und zwar, dass das gesamte letzte Wochenende kein Anti-Cheat funktioniert hat. Laut Activision hat es funktioniert, nur Teile waren deaktiviert aufgrund von irgendwelchen Softwarearbeiten. Klingt alles sehr, sehr fragwürdig. Und es gibt jetzt neue Infos darüber, warum wir alle mittlerweile das Gefühl haben, dass dieses Team Ricochet und dieses Ricochet-Anti-Cheat eigentlich gar nicht funktioniert. Und ich werde euch einen Clip zeigen von jemandem, der es erklärt. Und dann werde ich euch einmal noch wirklich komplett darüber informieren, warum das ein Problem ist. Und bevor wir diesen kleinen Clip geben, und für alle, die englisch sprechen, perfekt. Für die, die es nicht tun, ich übersetze es gleich für euch. Der geht nur 30 Sekunden. Und ich mache diese Videos mit diesen Informationsvideos über das Thema Anti-Cheat und Cheat nicht, um irgendeine Panik zu verursachen. Cheater gibt es leider in so ziemlich jedem Game. Aber ich bin der Meinung, viel zu wenige sprechen offen darüber. Keine Ahnung, warum. Also, ob ich jetzt Streamer, Gamer oder sonst was bin. Wenn es da Infos gibt, dann sollte ich die irgendwie mit meiner Community teilen. Da geht es auch nicht darum, dass ich sage, ihr müsst das Game verlassen. Sondern es ist ein Problem. Und das, was seitens eines AAA-Studios und eines Entwicklers, beziehungsweise Publishers wie Activision mit einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen im Hintergrund namens Xbox da mittlerweile läuft, ist absolut beschämend und traurig. Und sorgt auch dafür, dass Leute, die von ihrem Geld sehr viel Geld ausgeben für Games, für Skins und sonst was, ziemlich im Regen gelassen werden. Und die stehen dann da und die Anti-Cheat-Thematik ist ja mittlerweile so groß, dass sie nicht nur die Casual-Player betrifft, sondern vor allen Dingen auch die Rank-Player, wo die Profis mit dabei sind, genauso wie die CDL und sonstiges. Und deswegen zeige ich euch mal diesen Clip, weil dann werden wir mal erfahren, was diese Cheat-Software-Hersteller mittlerweile schon können, was ehrlich gesagt traurig ist. Was der Dude also hier sagt, und ich bin mir nicht sicher, was für ein Discord das hier ist. Diesen Screenshot, den er da schickt, diese 44 Screenshots, ist nichts anderes als, dass Anti-Cheat bekommt ja die Infos durch unter anderem Reports von Spielern. Sagen wir mal, mein Account wird 100 Mal reported für, keine Ahnung, Aimbot, Wallhack, Cheat. Dann reagiert der Algorithmus von Ricochet auf diese Reports und macht Screenshots von mir während des Games, von jeglichen Situationen und, und, und. Das ist alles das, was Server-Side passiert. Und die Cheat-Hersteller sind so weit mit ihrem Programm mittlerweile, dass das Cheat-Programm erkennt, wenn Ricochet einen Screenshot machen möchte und schaltet für diese Millisekunde, die der Screenshot nur dauert, instant die Cheat-Software aus. Was bedeutet, dass die Screenshots, die dann als Nachweis sozusagen und als Datengrundlage gelten sollen, überhaupt nichts mehr bringen, weil sie wirklich nichts anzeigen, was irgendwie suspekt wäre oder eigenartig. Und das ist ein Problem, wenn man überlegt, dass nämlich diese serverseitige Anti-Cheat-Kampagne von Ricochet und Activision schon lange darauf basiert, dass man eben In-Game-Daten und Informationen sammelt, die man dann benutzen kann, um eben den Spieler zu bannen, wenn er cheatet, und gleichzeitig, um eben mehr Informationen über das Cheat-Programm zu bekommen. Wie funktioniert es? Wann schaltet es sich ein? Wie kann man es detecten? Und, und, und. Dazu kommt, dass es dann eigentlich nur eine Alternative gibt, die unbeliebt ist und die aktuell anscheinend auch gar nicht funktioniert, nämlich Kernel-Treiber. Und was das ist, das habe ich bestimmt vor einem Jahr oder so mal in dem Video erklärt, Kernel-Treiber schauen sich die Daten nicht serverseitig an, sondern auf eurem PC. Und eigentlich war es letztes Jahr groß angekündigt, dass eben die Kernel-Treiber bei Installationen von Warzone auf dem PC automatisch darauf installiert werden. Und bevor jetzt hier irgendjemand darüber redet, dass auch auf Konsolen gecheatet wird, ich habe bis heute nicht einen einzigen Aim-Bot in Call of Duty gesehen bei jemandem, der auf der Playstation 5 spielt. Nicht ein einziger. Das heißt, selbst wenn es da draußen einen geben sollte, die Problematik mit Cheat ist nicht Konsole, sondern ist rein PC. Und das heißt auch nicht, dass alle PC-Spieler Cheater sind, aber das Problem ist nun mal nur auf dem PC. Weshalb ja, was ich verstehen kann, viele danach rufen, dass sie eben Konsole-Only-Gameplay bekommen oder Konsole-Only-Crossplay. Was bedeutet, ihr habt die Möglichkeit mit Xbox und Playstation zu spielen und PC ist außen vor. Wird nicht geschehen, weil SPMM funktioniert da nicht richtig für Activision. Matchmaking-Time für PC-Spieler wäre viel zu lang, weil es da dann vergleichsweise tot wäre und und und. Diese Körnetreiber zapfen zu den Daten, die sie eben von dem Cheat-Hersteller und dem Game an und für sich bekommen und die Körnetreiber gucken dann auf eurem PC, ob irgendwelche Spieldaten halt von einem Cheat-Programm irgendwie geändert werden, verändert werden, bearbeitet werden, manipuliert werden und 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 geben diese Info an den Server weiter, wo eben der Algorithmus von Ricochet läuft und daraus wird dann eben ein Wert erarbeitet und wenn dieser Wert eben sagt Cheater, dann gibt es halt den meistens Shadow-Bun zuerst und dann später manuelle Überprüfung, richtiger Bun, weg mit dem Break. Jetzt ist es aber so, dass die Körnetreiber auch private Daten von uns Nutzern auf den PCs sammeln können und teilweise auch tun und das ist so eine große Kontroverse, obwohl ich persönlich damit überhaupt kein Problem habe, denn ich spiele Call of Duty, ich gebe meine E-Mail-Adresse an für Zwei-Wege-Authentifizierung, ich gebe meine E-Mail-Adresse an bei Activision auf der Homepage, ich gebe da ein Passwort ein, bei dem ich nicht weiß, ob Activision das irgendwo zwischenspeichert heimlich, tun sie auf jeden Fall, weil wenn du ein Falsches eingibst, sagen sie es ein Falsches, das heißt Activision weiß sozusagen, was dein Passwort ist, ich gebe meine Zahlungsdaten teilweise an, also ich weiß nicht, warum es dann ein Problem sein soll, dass ich einen Körnetreiber auf meinem PC habe, der eben nur, wenn ich Warzone gestartet habe und spiele, Daten von meinem PC abgreift, um zu überprüfen, dass ich ein legit fairer Spieler bin oder um zu überprüfen, dass ich eben ein Cheater bin. Was übrigens definitiv kein Cheat ist, außer ein Lifehack ist, wenn ihr auf Display abschaut und einmal guckt, ich habe nagelneue Displays bekommen, vielen Dank dafür, als Partner und ich sage euch eins, die letzten vier Wochen waren wahnsinnig, denn ich habe so eine Übersicht immer, wenn Jungs und Mädels von euch sich ein Display besorgen und das, was ihr an Star Wars Displays und sonst was holt, ist absolut krass und es unterstützt mich heftig. Also wenn ihr da Interesse habt, einmal kurz den Link und eine Videobeschreibung, könnt ihr draufklicken und es gibt aktuell für zwei Displays 33% Rabatt und ich als Tarkov-Fan mittlerweile und mittlerweile ein bisschen Zombie-Fan, weil es einfach cool aussieht, natürlich komplett ausgesorgt mit dem, was ich brauche. Bei dieser ganzen Thematik gibt es hier einen Kommentar, den ich wirklich sehr, sehr geil finde und den man da auch einfach mal so vorlesen kann und das ist der hier von Preston Presley, ist halt irgendein Twitter-User, ich kenne ihn nicht. Er sagt, letzten Endes muss Activision sich entscheiden, ob es teurer ist, Kunden und Spieler zu verlieren, wegen dieser anhaltenden Cheat-Problematik oder ob es nicht günstiger ist, endlich in das Thema Anti-Cheat ausreichend zu investieren und dabei ist gar nicht das Ziel und wird es auch niemals sein, dass man das Thema Cheat von COD komplett wegbekommt, aber eindämmt, dass es nicht diese Ausmaße annimmt. Denn aktueller Stand der Dinge ist, wenn ihr fair spielt, seid ihr relativ oft Opfer von einem Shadow Bun, wenn ihr unfair spielt, habt ihr eine gute Chance, mit einem Spoofer und sonst was, davon zu kommen. Es ruiniert die Spielzeit von vielen, vielen tausend Leuten in Deutschland, in Europa und jeder, der irgendwo an einer Konsole oder PC spielt. Und am Ende sagt er denn hier, das Problem kann und wird mit Sicherheit auch gelöst werden können, wenn, und er sagt wirklich, wenn, dahinter für Activision ein finanzieller Anreiz besteht. Was bedeutet, irgendwann muss diese Klappe fallen, dass ein Unternehmen sagt, wenn wir jetzt x-Summe ausgeben, um das Thema aktiv zu bekämpfen, erwarten wir, dass x-Summe von Spielern bleibt, In-Game-Purchases macht und sonst was und einfach als Kunde da bleibt. Und diese Balance ist aktuell, so vermute ich so, dass Activision mehr Geld ausgeben würde für ein funktionelles Anti-Cheat, als dass sie einnehmen würden, wenn die Leute, die deswegen abhauen, verständlicherweise, nicht abhauen würden. Dieses Thema ist absolut nervig, jeder, der cheatet in so einem Game, ist eine absolute Wurst, aber es ist halt so, die Leute machen es für, ich weiß nicht, Fame, um sich darauf einen runterzuholen, um mit irgendjemandem anzugeben, sie gewinnen ja kein Geld dabei. Es gibt natürlich auch Cheater in bezahlten Turnieren, das ist aber vergleichsweise mit den Cheatern, die man Multiplayer-Warsen hat, weniger. Es ist geisteskrank und ich habe auch schon gehört, aus verschiedenen Richtungen bisher, da werden wir vielleicht separat ein Video zu machen, dass in diesem League, was es jetzt am Wochenende gab, wo Anti-Cheat nicht so richtig funktioniert hat, dass da eine Menge Daten abgegriffen worden sind und diese Cheat-Problematik gerade ja richtig Feuer aufnimmt, erst der Anfang von dem Feuer ist und ich bin sehr gespannt, was dabei noch rauskommt und ich hoffe, es wird nicht so schlimm, wie wir alle denken. Lasst mich eure Meinung wissen, ich weiß, das ist für viele, die gerne COD spielen und gerne FPS-Games immer so ein richtig heikles, ekliges Thema, aber ich finde, man sollte darüber informieren, gerade wenn so Neuigkeiten rauskommen, weil wenn man sich aufs Anti-Cheat nicht verlassen kann, auf was dann? Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, ich bin raus für heute. Ups, meine Taste. Wir sehen uns morgen oder übermorgen. Bis zum nächsten Mal.